So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge mit meinem DK. Ihr seht schon ein Vollmond-Event, denn Vollmond ist für den DK natürlich eines der besten Events, neben Dragan und noch ein paar anderen Sachen. Oh man, ich hab den falschen gestunt. Und ich muss richtig aufpassen, ich hab nicht viel Andermand und nicht viele Sphärenscherben. Deshalb will ich eigentlich nicht unbedingt sterben. Aber wir haben einen sehr guten Fuzzi dabei. Oder einen Halbwixi, ja der ist schon gut. Und ich denke der wird uns einfach mal durchziehen locker, easy. Und dann wird es schon. Okay, ich hab jetzt auch... Ah, ich muss hier den leider noch killen. Damit ich... Okay. Oh, ein gespitterter Diamant. Wie so nett. Gut, dann machen wir jetzt Wargulf. Das wird einfach... Ah ja, das einzige Problem ist bloß, dass ich... Oh, habe ich jetzt einen Slot frei irgendwo? Nee, oder? Nee, okay. Okay. Drei, zwei... Nein! Nein! Okay, go. So war Golf EZ. Oh, bitte. Wenn es... Wenn es jetzt abspackt, ne? Wenn jetzt die SU abspackt, alter. Nein, Stannen! Alter! Wirklich ernsthaft? Skype beenden. Ich muss jetzt alles... Oh, wenn, alter, nein, oder? Wahrscheinlich bin ich eigentlich schon tot. Kann ich mir gut vorstellen. Mann! Nicht dein Ernst jetzt! Ja, okay. Es lag. Deshalb hat er mich wahrscheinlich schon ein paar Mal gehittet und ich bin tot. Kann ich mir gut vorstellen. Trinken! Falls es überhaupt noch was bringt. Ja, okay, ich bin tot. Safe. Alter, wie es laggt! Oh, Anlegi, Anlegi. Bitte. Alter, wenn das jetzt wirklich... Wenn das jetzt der Helm ist... Bitte, Internet, bitte verlass mich jetzt nicht. Trinken, egal, egal. Alter, ich glaube, das war der Helm. Bitte. Ja! Alter! Ja! Alter, sorry, dass ich mich jetzt so freue. Das ist eigentlich nichts Interessantes, natürlich. Aber, ähm... Ich habe noch nie ein Random Unique bei Kales oder Carabossa gefunden. Und deshalb freue ich mich jetzt wirklich richtig krass. Da kann man schon mal abdancen. Aha. Alter, wie geil. Und ich hoffe, die Werte... Ah, das ist jetzt natürlich blöd. Ich bin Level 26 und bin fast 27. Das heißt, es wäre schlauer gewesen, wenn ich ihn noch 27 natürlich bekomme. So, jetzt noch zwei andere Uniques. Und dann... Ja, ja, dann läuft. So, nicht irgendwas liegen gelassen. Nee, alles gut. Alter, ja. Ja. Das ist geil. Ja, ja, das ist, ähm, Dings natürlich. Oh, Alter, wenn jetzt mein Internet abgespackt wäre, wie ich mich aufgeregt hätte, ne? So. Das hier verkaufen. 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 Alter, ja. Geil. Cool, cool. Cool, cool. Ähm. So, da, da, da. Und den da. Können wir die hier kombinieren. Da. Vielleicht. Egal, ich glaube, das war auch voll unnötig, dass ich jetzt hier nicht kombiniere. Aber ich habe jetzt hier das hier alles frei. Cool. Ich glaube, die Werte sind jetzt nicht so. So geil. Habe ich nicht hier noch einen Stein? Wenn man sogar vergleicht. Der hat sogar mehr Rüstungswert. Der hat meine, aber natürlich weniger Lebenspunkte. Oh nein! Das habe ich jetzt in der ganzen Aufruhe vergessen, dass ich... Ähm... Drei. Ich hoffe jetzt einfach, dass es alles schnell droppt. Und vielleicht will ich da noch eine Runde dranhängen. Und bis dann. Ciao. Ich bin... Ich bin...